Die Straßenbahn Dillon ist ein Straßenbahnsystem in der französischen Stadt Dillon, das seit dem 1. September 2012 in Betrieb ist. Eine zweite Linie ist am 8. Dezember 2012 in Betrieb gegangen. Das Netz wird von Keolis Dillon betrieben. Schon von 1895 bis 1961 verkehrte eine Straßenbahn am Schluss teilweise ersetzt durch Oberleitungsbusch. Sie entstand aus den seit 1888 existierenden Pferdebussen, Pferdebus und meterspurige Straßenbahn bis 1961. Von 1888 an verkehrten sogenannte Karsrippert als Pferdebusse. Zu diesem Zweck wurde die Kompanie des Omnibus Tramwes Dillon gegründet, welche zwei Linien betrieb. Die erste führte von der Place Wilson zum Bahnhof Dillonville, die zweite von der Place de la République zur Place du Premier Mai. Der elektrische Betrieb wurde im Jahr 1895 aufgenommen. Die Konzession wurde der Kompanie des Tramwes Elektriques de Dillon erteilt, welche das Netz für die nächsten 60 Jahre betreiben sollte. Zusätzlich gab es ein überregionales Netz, welches meterspurige Nebenbahnen betrieb. Die größte Ausdehnung des Netzes betrug 358 Kilometer, unter anderem wurden folgende Gemeinden bedient. Champlitte, Châtillon, S.U.R. Sanne, Simwa-en-Aux-Wa, Bonn und Nuit-Saint-Georges. Der Niedergang der Straßenbahn begann 1930, schließlich endete der Betrieb im Jahr 1961. Ein Trolleybus-System wurde noch vom 7. Januar 1950 bis zum 30. März 1966 betrieben. Letzteres wurde durch Busse ersetzt. Der Weg zur Wiedereinführung einer Straßenbahn. Im Jahr 2000 wurde entschieden, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, unter anderem sollte die Geschwindigkeit und die Taktfolge erhöht werden. Dies führte zur Schaffung leistungsfähiger Buslinien, die Lianis genannt werden. Trotz der hohen Taktfolge waren die Lianis überlastet. Die Lianis 1 beförderte 33.000 Fahrgäste auf ihrer 15 Kilometer langen Strecke. Während der Hauptverkehrszeit auf einigen wichtigen Linien fuhr alle 90 Sekunden ein Bus. Diese Taktfolge konnte nicht erhöht werden. Da jetzt schon die Straßen überlastet waren und die Reisegeschwindigkeit sank. Der weitere Ausbau des Busnetzes durch mehr Buspuren konnte diese Probleme nicht mehr lösen und ein neues Konzept wurde immer notwendiger. Am 15. Mai 2008 wurde durch den Gemeindeverband Grandillon entschieden, zwei öffentliche Nahverkehrslinien auf eigener Trasse zu bauen. Dies sollte im Vergleich mit den Lianis die Reisegeschwindigkeit und die Kapazität erhöhen. Es standen mehrere Varianten zur Auswahl. Ein Bus A-Hautniveau D-Service, dies hätte aber die Kapazität nur minimal erhöht. Eine Straßenbahn auf Gummiredern, eine normale Straßenbahn. Punkt. Es wurde schließlich entschieden, eine Straßenbahn zu bauen. Um Geld zu sparen, wurden die Fahrzeuge zusammen mit der Straßenbahn Brest beschafft. Deshalb wurde, nachdem das Design der Brester Straßenbahnen bekannt wurde, am 27. November 2008 ein Übereinkommen über die gemeinsame Bestellung von 53 Fahrzeugen unterschrieben. Nachdem im Frühjahr die öffentliche Untersuchung stattfand, bekam zwei Straßenbahnlinien am 17. Dezember 2009. Die Declaration Utility Public. Normalspurige Straßenbahn seit 2012. Der Bau der Straßenbahn umfasst mehrere Ziele, wie die Erschließung wichtiger Einrichtungen. Außerdem sollten Stadtteile besser an das Zentrum angeschlossen werden und so der Autoverkehr reduziert werden. So sollen 76.000 Einwohner, 44.000 Arbeitsplätze und 38.000 Studierende in einem Abstand von 500 Meter zur nächsten Haltestelle. Von der Straßenbahn profitieren, dies sind ein Drittel aller Einwohner von Dijon. Kosten und Finanzierung. Die Gesamtkosten sollten 20 Millionen Euro betragen, dies ist mit anderen Neubauten von Straßenbahnen wenig. Das Projekt wurde durch einen Kredit finanziert. Das Geld wurde von folgenden Gremien zur Verfügung gestellt. Europäische Investitionsbank, Subventionen des Staates, die Region Burg und das Departement QDOR und dem Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Zeitplan. Im Jahr 2006 wurden erste Machbarkeitsstudien gemacht. Diese sollten klären, welches Transportmittel am besten geeignet war. Anfang November 2007 wurde entschieden, eine Straßenbahn zu bauen. Am 27. November desselben Jahres wurde die Vereinbarung über die gemeinsame Bestellung der Fahrzeuge mit der Stadt Brest unterzeichnet. Daraufhin wurden im September 2009 33 Alstom City des 302 bestellt. Im Oktober 2010 haben die Bauarbeiten begonnen. Die ersten Testfahrten fanden ab Februar 2012 statt. Am 2. September 2012 ging die Linie 1 in Betrieb die Linie 2 Uhr nachts 8. Dezember desselben Jahres. Infrastruktur Das Netz ist normal spurig ausgeführt und mit einer 750 V-Gleich-Strom-Oberleitung elektrifiziert. Es besteht aus zwei Linien, welche sich die Gleise zwischen den Stationen Gare und Place de la Republieg teilen. Weite Teile sind als Rasengleis ausgeführt, insgesamt sind es 13 Hektar. Die Linie 1, welche als erste in Betrieb ging, hat eine Länge von 8,5 Kilometer und 16 Stationen. Der mittlere Haltestellenabstand beträgt 566 Meter. Sie beginnt am Bahnhof Dionville, stößt sofort anschließend auf die Linie 2, führt danach zur Universität und hat ihren Endpunkt in Quetenie. Die Linie 2, 11,5 Kilometer lang mit 21 Haltestellen, ging am 8. Dezember 2012 in Betrieb. Sie durchquert die Stadt in Nord-Süd-Richtung. Ihr südliches Ende befindet sich in Chenova, ihr nördliches am Gewerbepark Park Velmi. Sie fährt unter anderem dem Bahnhof das Theater Zenith im Einkaufszentrum La Teusen d'Or und die Place de la Republieg an. Die Stationen, welche barrierefrei ausgebaut sind, besitzen Unterstände und sind mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet. Außerdem gibt es einen Bildschirm, der aktuelle Verkehrsinformationen anzeigt. Betriebshof Ein neuer gemeinsamer Betriebshof für Busse und Bahnen wurde gebaut. Dieser befindet sich in der Nähe der Station Keres auf der Linie 2. Er befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Perini der SNCF in Chenova. Er wird TramStore 21 genannt und breitet sich auf 14 Hektar entlang der Bahnstrecke Paris-Marseille aus. Ein Teil der Gebäude des ehemaligen Betriebswerks Perini wurde rehabilitiert. Die Kosten lagen bei 38,87 Millionen Euro. Im Betriebshof werden die 33 Straßenbahnen und 215 Busse gewartet. Dazu stehen für die Tram-Acht-Gleise zur Verfügung. 50 Mitarbeiter arbeiten in der Werkstattbetrieb. Der Betrieb wird durch Keolis-Dion erbracht, wobei im Jahr 2010 der Vertrag bis 2017 verlängert wurde. Die Fahrzeit auf der Linie 1 beträgt von Endpunkt zu Endpunkt 28 Minuten. Dies ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,2 Kilometer pro Stunde. Der Bus benötigte 30 bis 35 Minuten für die gleiche Strecke. Die Linie 2 benötigt 35 Minuten für die Gesamtstrecke, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,7 Kilometer pro Stunde ergibt. Der Bus benötigte ursprünglich 45 bis 50 Minuten. Der Betrieb beginnt um 5.45 Uhr und endet um 0.00 Uhr 30. In der Hauptverkehrszeit beträgt die Taktfolge 5 Minuten, sonst 7 Minuten. Im Jahr 2015 sollen 45.000 Reisende auf der Linie 1 erwartet werden. Die Linie 2 soll 42.000 Fahrgäste täglich befördern. Am Eröffnungswochenende wurden 150.000 Fahrgäste gezählt. Es stand unter dem Motto «Toute la ville en tram». Der offizielle Eröffnungsakt wurde von François Sauvardet, Bürgermeister François Arthamen, Präfekt Pascal Mehlhoß und dem Präsidenten des Regionalrats Burgau und François Patriat vorgenommen. Während des ersten Monats haben 35.000 bis 40.000 Personen die Straßenbahn benutzt. Fahrzeuge Die Fahrzeuge wurden im Jahr 2009 gemeinsam mit der Straßenbahn Brest bei Alstom bestellt. Von den 53 bestellten Bahnen gingen 33 an die Straßenbahn Dijon. Die Kosten für die Fahrzeuge von Dijon betragen 63,8 Millionen Euro. Daraus folgt, dass ein Alstom City dies 2,05 Millionen Euro kostet. Durch diese gemeinsame Bestellung sollen beide Betriebe insgesamt um 25% Einsparungen erzielt haben. Die 33 Fahrzeuge des Typs Alstom Citys 302 sind 32,7 Meter lang, 2,4 Meter breit und bestehen aus fünf Wagenkästen, die jeweils auf drei Drehgestellen aufsitzen. Sie sind komplett niederflurig, haben eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde und 200 Fahrgäste finden in einem Fahrzeug Platz. Davon sind 42 Sitzplätze, außerdem sind die Straßenbahnen 5 Dezibel leiser als der Straßenverkehr und können zu 98% recycelt werden. Sie wurden in unterschiedlichen Alstimwerke gefertigt, sie sollen auch 10% weniger Energie als vergleichbare Fahrzeuge verbrauchen. Tarife Die Inbetriebnahme der Straßenbahn war auch mit der Einführung neuer Fahrkarten verbunden, die Pastivia genannt werden. Es gibt verschiedene Fahrkarten, die billigste kostet 1,20 Euro und ist zeitbeschränkt. Alternativ sind Tagesgarten und Monatskarten erhältlich. Die Haltestellen sind mit Automaten ausgerüstet.